Auch Gold Uh, die sah ein bisschen, hat ein bisschen härteres Zeug einstecken Auch zwei Schilder, wofür brauchen die zwei Schilde? Ne, warte mal, das war doch der Anführer hier, oder? Bandit Ne, das war der Anführer hier Hätte mich jetzt auch gewundert Haben wir irgendjemanden im Gefängnis drin, oder? Nö Ist ja ein Knast hier, nehm ich mal an Gut, dann geht's hier entlang Oh, Truhe Stab der Raserei Nehme ich mit Nichts drin Unten vielleicht Ne Hm, ich muss mal gucken, wie weit, wie lang ich jetzt schon aufnehme Das Lösegeld für Zara Keine Ahnung, ob das irgendwie was geben sollte Ne Oh, ne Tasche Die Wolfskönigin Buch 2 Goldene Halskette auf jeden Fall Ich würde mich interessieren, wie die die Betten reingeschliffen haben Äh, war's da schon? Geht's hier nicht mehr weiter, oder? Das war schon gewesen Vielleicht sollten wir auch hier in einem späteren Nebenquest nur die Banditenanführung hier töten Aber die haben wir schon geplättet Der geht's gut Weiter geht's hier dann so und so für eigentlich nicht mehr Das sieht irgendwie hier versteckt aus Gut, da hätten wir es auch schon geklärt Das war's Die Hütte ist jetzt wieder Banditen frei Nehme ich mal an, jedenfalls Voll glühend Dann können wir wieder hier rausgehen Zwei vorne geht's dann nach rechts Und wieder hier hoch Und dann sind wir auch schon fertig hier Das heißt, gleich wieder die Höhle verlassen Und demnächst, wenn irgendwo mal ein Quest ansteht Haben wir den schon vornherein erledigt Und zack Öffnen Richtung Himmelsrand Ja, ich würde sagen, ich mache einen kurzen Aufnahmestopp Beziehungsweise gucken, wie viel Speicherplatz ich noch frei habe zum Aufnehmen Dann drehe ich eventuell weiter oder auch nicht Ich bedanke mich fürs Zuschauen Jetzt kommt entweder ein kleiner Cut oder vielleicht auch schon am Ende der Folge Und tschüßchen Ich hab noch 266 Gigabyte frei Das heißt, wir könnten loslegen Und ein bisschen weiter stolpern in der Richtung Oder in Richtung zu dem Dings da, wo ich hin soll Haben an sich Geil gemacht Durch beide Hände gebündelt Und dann Wuff Naja Verschwendung aber egal Aber die hat sich schon wieder generiert Das heißt theoretisch Das ist jetzt Angriff, der gleichzeitig gestartet wurde Zum Beispiel Die Frage ist, ob der stärker ist als Sowas Frage nebenbei an alle, die zuschauen Oder falls jemand Ahnung hat Ist das da hier Bumm Stärker als Das da hier Würde mich interessieren Gerade Irgendwie Hä, wieso? Wir hatten jetzt gerufen Wir hätten hierher Ich hätte hierher kommen sollen Oh, da kommt noch eine Wir hatten das jetzt gesagt Dass ich niemals hierher hätte kommen sollen Ich sehe hier ein Lager Aber wer ist denn im Lager drin? Oh, dort läuft jemand Ich habe eine Mühle gefunden Ich tue mal die Waffen weg Ich bin unschuldig Echt? Ich muss nicht mit euch reden Schert euch davon Okay, dann tschüss Achso, nee Dann kannst du nicht hoch Musst vorne hoch gehen Was ist eigentlich? Das hier ist so eine So eine So eine Mühle halt irgendwie Aber für was? Was treibt die an? So Und jetzt? Achso Und die Säge treibt die an Okay Irgendwas liegt immer im Argen Wenn ihr zu den Männern Das Jahl gehört Ihr kriegt euer Holz schon Angers Mühle Bleibt nie etwas schuldig Oh Nebenquest Ich suche nach Arbeit Wenn ihr eine Axt besitzt Könnt ihr euch Gold verdienen Indem ihr Holz hackt Bringt mir so viel Wie ihr nur hacken könnt Männern des Jahls Ich dachte Skalt der Ältere Hätte euch geschickt Wir haben einen Auftrag Auszuführen Und er ist nicht Gerade für seine Geduld bekannt Hört mal Falls ihr demnächst Nach Dämmerstern aufbrecht Könntet ihr dem Jahl Dann diese Botschaft überbringen Sagt ihm Bescheid Dass er sein Holz bekommen wird Wenn ich mal vorbeikomme Klar Ja klar Wenn ich mal vorbeigehe Irgendwann mal So in 3000 Jahren Ne aufschließen will ich jetzt nicht Ich will nicht einbrechen Gerade Neben Holzfälle Axt Okay Ah okay gut Ja Ja Kannst du wie Waffen Holzfälle Axt Rausschmeißen Ne Müsste ich aufschließen Dann will ich aber auch nicht reinlernen Habe ich schon wieder so viel Zeug 296 von 300 Na ganz toll Muss man wieder ein bisschen Zeug loswerden Ich muss ja da hoch In diese Richtung muss ich Nicht nach da runter Obwohl Was ist denn eigentlich da unten Für eine Gegend Und dann möchte ich das Glaub mal erkunden Ach ne Die Mühle habe ich ja erkundet Gut Reicht ja Bloß hier nur hier langlatschen dann Wenn ich mal wieder such Ansonsten müsste ich irgendwie gucken Dass ich nach da oben hinkomme Nur wie komme ich da hin Ich glaube wenn man hier so durch die Pampa Mitten durch den Wald In der Hoffnung Das geht Füchschen Nein ich das am Leben Über Schneehügel Dass die Kälte einem ins Gesicht peitscht Dann hier hoch Und durch den Wald Kommt es halt nur so vor Als ob es so wenige Gegner gibt Frag mich nicht wieso Jetzt mal interessant Wo ich auf der Karte bin Gerade Moment Wahrscheinlich mitten in der Pampa Ja Wo muss ich hin Da muss ich hin Da war ich Und äh Da bin ich Jetzt aktuell Und da muss ich hin Ne warte mal Ich bin doch von der Mühle hier Warte mal abbrechen Ich bin doch Von die Da war ich Bin hier entlang Und dann da hoch Okay Und das unten war das andere Ding Okay Ja da muss man Ein ganzes Weilchen laufen Ich glaube Ich habe einen kleinen Umweg gemacht Aber egal Ey Fuchs Lass ich mal Hm Ich folge einfach mal Okay wir sind wieder Aus Hier jetzt Eiswolf Tschüss Eiswolf Wolfspelz Ne Ne Das nicht Zum heilen Machen wir hier Das ist ja die Wiederherstellung Heilung Heilung Finde ich lustig Dann wieder auf Zerstörung So Cool Wir haben sogar einen Wegweiser Gehen wir da hin Oh da läuft einer Komm den Labern wir mal an Auf der richtigen Seite stehen Ich wurde in Himmelsrand geboren und bin hier aufgewachsen Aber die Nord behandeln uns wie Dreck Okay Okay Alles klar Kann dein Problem verstehen Alles bestens Voll auf den Kopf Ne gut ich wollte nur sicher gehen dass ich das Ding hier gefunden habe und da würde es in eine Höhle reingehen aber da will ich jetzt auch nicht rein Ich konzentrate mich mal aufs wesentliche Heftig Tut mir leid der stand mir da gerade ein bisschen weg So kriegen wir sie alle auch von ein bisschen weiter weg Wahrscheinlich bin ich gar nicht mal so ein schlechter Schützer Kann man viele Wildbären sammeln Oder Schneebären Nice Shot So gelegentlich mal Das da oben sieht aus wie so Ruinen Da können wir auch nochmal hingehen Oder nur mal so damit wir das als Erkundet haben dass wir hier hinreisen können Also schnell reisen Achtung gleich kommt's Jetzt vielleicht Ne doch nicht Noch nicht Jetzt aber gleich Wie könnt ihr bloß tatenlos herumsitzen und warten Wir sollten da drin sein Wir müssen unsere Kräfte sammeln Wer weiß was uns da drin erwartet Schätze natürlich Erhebt euch von euren Schuppigen für Buchstaben Und lasst uns gehen Schuppigen für Buchstaben Nö Salma Wir sind nicht allein Nö ich bin auch noch da Ich gebe zu je mehr wir sind Desto sicherer ist es Wir sollten dort drin sein Und Schätze einsacken Aber das Sensibelchen hier findet Wir sollten noch warten Kommt bloß nicht auf dumme Ideen Wir waren zuerst hier Okay Silber Vielleicht Edelsteine Es gibt nur eine Möglichkeit Das herauszufinden Es ist mir egal was Beem sagt Es ist höchste Zeit Dass wir dort hineingehen Und unser Glück machen Nicht ohne uns Schließlich ist bestimmt genug Für alle da Kommt Beemja Wir gehen Aha okay Ihr könnt uns nicht so leicht abschütteln Ich gehe mal gerade mit rein Weil es sieht irgendwie Jetzt so ein bisschen spontan aus Okay Wollte ich nicht Wir gucken halt mal zwischendrin Finden das eine oder das andere Aber als die beiden hier gesessen Da gesessen Oder als die beiden da gerade rumgesessen haben Habe ich mir gedacht Komm dann gehst du mal mit rein Guckst mal was da alles drin gibt Äh Ich habe natürlich kaum noch Platz Im Inventar Ist natürlich klar Aber egal Der ist Faustkämpfer Holy shit Killer Kugel Ne Magier Meine ist weiter geflogen Meine Spinne Das Frostbist Gifst mitnehmen Ich nehme es mit Ja doch Meins bis hier unten hingeflogen Bleib Sam Eieiei Da ist ein Körper Können wir den irgendwie Loten Oder was da drin ist Ne kann man nicht Spinnenei Das will ich gar nicht Ach komm Das Spinnzeug hier Das Verstopfen Und das Inventar Ich guck mal was So bei sonstiges alles drin Beschädigtes Buch Eher raus Drachen Schuppen Drachenknochen Oh Kann wundern Dass die so Dass die so schwer sind Okay Horkarzahn Komm weg Weg damit Weg damit Schaufel Wieso habe ich das Eigentlich dabei Habe ich gar nicht mitgekriegt Schlüssel Bücher Ja das ist nicht schwer Komm die kann ich drin lassen Zutaten Immer so kleines Zeug Halt Ski Wurrschwanz Komm So das jetzt Ausdauer Regeneration ist entdeckt Alle 17 Komm weg damit Spinnenei Alle weg Stehbären Feuerresistenz Okay Schlammkrabben Schienen Schienen Pinnenei